Yo Leute! Was geht ab? Willkommen bei Cenk Rindes Motto Vlogs! Hey! Wenn ihr eine Band seid, könnt ihr genau das, die da aufnehmen, mir zuschicken, dann werde ich das jedes Mal als Intro nutzen. Das wäre doch wunderschön, oder? Yo Leute! Was geht ab? Willkommen bei Cenk Rindes 666! Aber ich glaube hier vorne fett mein Oma, Alter. Da sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtig fahren, auch wenn ich jetzt gerade freihändig fahre. Tja, wir haben 80, oder dürfen 80 fahren, jetzt dürfen wir sogar noch mal 60 fahren. Deswegen ärgern wir uns jetzt. Fuck! Warum 60? Ja, heute ist der 31. Oktober. Für die einen ist es Halloween, für die anderen ist es die letzte Fahrt. Für mich ist es die letzte Fahrt von Halloween. Nein! Nein! Alter! Gib dir das mal! 60! Echt? Hey Alter, dann kann ich mir auch einen 125er kaufen, weißt du? So, ich glaube jetzt fahren wir nach rechts nach Weilmünster, links nach Weilmünster. Das ist auch mal wieder mega geil! Da fahren wir einfach mal links, weil ich Linkshänder bin. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir das richtige Weilmünster erwischen. Es gibt bestimmt mehrere Weilmünster, aber ich hätte niemals gedacht, dass die wirklich zwei Kilometer auseinander liegen höchstens. Geil! Alter! Watzweilstyle! 60! Yes! Fuck! Ist das dein Ernst? Sagst du ja hoch Taunus, wenn du die Worte umtrittst von hoch und Taunus, also Taunus hoch und dann noch ein paar Wortbuchstaben verendest, sagst du Motorradenstraßen. Äh, wie es bei mir aussieht, äh, im Kopf, aber gut, ihr wisst das da wahrscheinlich nicht. Und ja, fuck, jetzt wollte ich gerade, oh und da macht's einer. Einer tut es, also es tun zwei. Sehr schön Jungs, ich bin stolz auf euch. Auf dich nicht, du bist scheiße. Und ja, zur Feier des Tages werden wir den Zug da vorne jetzt mal überholen. Ist mal bitte schon ein bisschen warm gelaufen, keine Sorge. Oh, und ein 25er Auto. Geil! Oh, was knallt denn hier? Alle, die hier für die kommen, denken, ich gehöre dazu. Yeah! I got some new friends, man! Oh, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Mein Gott, was wollt ihr denn hier alle parken? Wir wollen hier fahren. Kann man hier nicht mal... Ich starte jetzt eine Petition. Keine Parkplätze an geilen Strecken. Und ich möchte, dass ihr alle unterschreibt und das scheiß Ding teilt. Ohne Spaß. Oh, Blitze! Ein Blitze! Das kann nicht wahr sein, Mann! Verdammte Scheiße, ey! Und ich grüße wieder und keine grüße zurück. Die haben sogar zwei aufgestellt, die Wichse, Alter! Drei! Alter! Hä? Warum? Bin ich noch wichtig? I don't think so. Aber Süßkirchen gibt's hier, das ist schon mal um einiges... Das wäre auch... Und ich fahr hier nicht runter, Alter! Sonst bin ich ja warsch! Da fährt einer mit dem Roller hoch, aber es kommt irgendwie nicht weiter, weil der kann... Alter! Fahr nicht so schnell, ey! Ach du Scheiße! Und ja, wenn ihr das Video gut fandet, natürlich bitte liken! Wenn ihr es nicht gut fandet, natürlich bitte liken!